This is the end. Beautiful friends. Jetzt geht ihr wieder nicht dran. Serdar? Ja? Mein Kanzler! Was macht die Macht? Ach ey, frag mich nicht. Ist alles total schief gegangen. Was ist das für ein Krachter bei dir? Gewehrschüsse oder was? Nee, das ist die Heizung. Die knattert nur ein bisschen. Ja, du knatterst auch ein bisschen. Ist Gaddafi in deiner Nähe oder Saddam Hussein oder in welchem Diktatorenfriedhof? Oh, was die doofen Witze, Mann, ey. Ach komm, ist doch super. Können wir die Sendung wieder machen bei NTV? Ich kann mich doch bei NTV jetzt nicht mehr blicken lassen. Da konntest du dich vorher auch schon nicht blicken lassen. Wir können doch mit denen reden. Und was soll das Thema sein? Irgendwas mit Wehrmacht? Ah, nach der Wahl, wer macht's mit Angela? Exzellent, die gescheiterte Machtübernahme. Wie geht es weiter? Bergab mit Deutschland. Nicht cool? Gut. Let's Gelείister. Ihretzt noch eine große Anbeperine.